Was geht Leute? Mein Name ist Götze Zu einer neuen Folge Also ich mach jetzt die erste Folge Von Freddy Ich hab mal gedacht Ja soll ich mal was spielen oder nicht? Ja aber ich hab dann bevor ich da Jetzt hab ich uns doch gedacht Aber ich hab einen Plan gemacht Erstmal ein bisschen YouTube Und danach Ich will mir dieses Spiel Wo dieser Bär ist Aber Dr. Banks Mal wieder ein neues Video Also Video Was ist Ja Ja Warum ist das jetzt? Nein Nein Aber sorry ich guck das nicht Ich keine Lust Was? Es hat nur rausgekriegt Brrr 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 Ich hab keine Ahnung wie das geht Aber wir schauen Ich wisse Brrr 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 Und zwar, was haben wir hier überhaupt? Das ist ein... Oh, mein Gott. Da sehen wir sie. Ich glaube, wir reingehen, oder? Oder, warte mal, gibt's doch... Nee, ich glaube, da gehen wir in die Lobby rein, Leute. Da können wir zu Granny reingehen. Können wir hier rein? Oh, es geht hier rein. Oh, mein Gott, warte mal. Ah, nee, okay, das ist der falsche Weg. Aber hier sehen wir, wir haben Granny. Ah, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Äh, ist das doch was anderes? Oh, nein. Okay, Leute, erst mal. Hört ich mich wirklich? Ähm, ah, nee. Es beginnt erst in 57 Sekunden. Verstehe, verstehe. Okay, also in der Zeit können wir quasi theoretisch aber warten. Okay, jetzt, darum ist es Zeit, Leute. Ich dachte, ich hab das falsche Spiel ausgewählt. Aber nein, hab ich nicht. Ich meine, wenn es ein Hobby gewesen wäre, wäre es auch cool. Wir haben lange kein Hobby mehr gemacht. Aber der Grund, wie ich mal meinen Tag in Roblox mehr mache, ist einfach... Roblox ist halt... Das würde ich dir am liebsten in einem anderen Video erklären. Aber es ist halt oft immer wieder... Also, es gibt viele gute Spiele. Es gibt halt die Spiele, die wirklich gut sind. Und die andere Hälfte, die wirklich kacke ist. Aber es ist halt so eine Mischung. Manche Sachen sind wirklich grausam. Oder ne? Neu, 95% sind wirklich grausam. 5% der Sachen sind wirklich richtig gut. Und die anderen Sachen sind so in Ordnung, aber nicht gut genug. Das ist das Problem. Aber das hier wird hoffentlich gut genug sein. Und ja, lasst uns nicht weiterreden. Lasst uns lieber... Und, ähm... Das Spiel fängt an, Leute. Oh mein Gott. Also, der Clown hat uns alle getötet. Was für ein Clown? Granny ist doch kein Clown, du Loser. Ah, jetzt beginnst du in 24 Sekunden. Na gut, dann warte ich jetzt mal hier, Leute. Und schau mir die Torte an. Und träume von der Torte. Ich warte, ich setz mich lieber hierhin. Dann schauen wir sie besser an. Hey, Freunde. Alles klar? Willkommen bei meiner Geburtstagsparty. Was passiert jetzt? Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Choosing, äh... There is more than two players. Oh nein. Choosing Map. Ich verstehe halt gar nichts mehr. Was zum Teufel? Ist das nicht das Spiel, was ich suche? Verstecke nicht, bevor Granny herkommt. Okay, warte mal. Kann ich da lang? Ich habe gerade keine Ahnung, was hier passiert, Leute. Normalerweise ist es ja das Spiel. Oh mein Gott. Wieso ist hier ein, äh... Ein Clown-Ballon? Der hat gar nichts mehr, Leute. Wortwörtlich. Ich habe wortwörtlich das Spiel angeklickt. Und jetzt auf einmal bin ich... Ich glaube, es ist ein falsches Spiel. Na, das ist gut zu wissen, Leute. Da ist das nämlich das eigentliche Granny-Spiel. Was ziemlich geil ist. Was quasi die komplette Map hier in Roblox nachgemacht hat. Und hier kann man es auch sehen, wie Granny einen mitnimmt. Und quasi dann, ja, da tötet. Aber, Leute. Dieses Level wird untersucht. Und ich glaube, es hat ein paar Copyright-Probleme wahrscheinlich. Und ich bin einfach zu spät dran. Ich glaube nämlich, dass... Naja, wie soll ich sagen? Theoretisch darf man nicht so irgendwas nachmachen. Auch nicht in Roblox. Auch, äh, Pokémon, Brickbron zum Spiegel löscht. Weil es quasi eine Kopie von Pokémon ist. Und die können sagen, nein, das wollen wir nicht, okay? Und deswegen könnte es sein, dass es wortwörtlich dann untersucht wird. Was ziemlich blöd ist. Aber, ja, jetzt wo wir schon dabei sind, würde ich sagen, äh, ja. Wir spielen trotzdem das andere Spiel. Weil das spielen momentan 1500 Leute. Also, es muss gut sein. 44.000 Bewertungen. So was ist in Roblox super selten. Okay, wir haben mal. Lasst uns jetzt gucken, was es hier eigentlich auf sich hat, Leute. Vielleicht habe ich aber nicht gecheckt, was da passiert. Granny, äh, was? Oh mein Gott. Wo sind wir, Leute? Überlebende. Ah, ich bin da reingejoint, ne? Ach so, wir spawnen in einem Wald, Leute. Oh mein Gott. Das ist richtig geil, Leute. Wir spawnen in einem Wald. Und dort müssen wir vor Granny abhauen. Okay, Leute, wir probieren es nochmal, okay? Wir probieren es nochmal. Das Spiel hat aber gerade gar keinen Sound, Leute. Wir sind aber bei Granny. Wie Granny? Wie, ich bin... Oh, ja, 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 ja. Ja, hundertprozentig. Oh mein Gott, ich gebe da so viele Robux aus. Nur für euch, okay? Um Granny zu sein. Oh mein Gott. Ist das episch. You're human, try to hide. Mann, was ist denn hier? Wieso? Ich verstehe jetzt gar nichts mehr bei dem Dumm... Das ist ein Spiel, das ist komplett dumm. Ich habe aktuell Robux gezahlt. Bitte lass mich spielen. Okay, Leute, ich kann wieder einen Sound hören. Dieses Spiel verwirrt mich so extrem, ne? Ich meine, ich verstehe nicht wirklich, was wo der Sinn ist. Das Spiel, ich meine, ja, es spielen so viele Leute, es muss sein. Aber ich laufe hier nur rum und ich, 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 ich... Das Beste hier in dem Spiel ist, ich kann Granny sein. Es kann doch nicht sein, dass die Spiele so viele Leute spielen und dass man es nicht spielen kann. Das macht einfach alles keinen Sinn. Warte mal. Haben wir Robux ausgeben oder kann ich noch Granny sein? Okay, es kann aber auch noch Granny sein, Leute. Immerhin. Okay, dafür... Das ist geil. Das ist, das ist der Wahnsinn. Das ist episch, okay? Muss man wirklich so sagen. Aber es kann nicht sein, dass es das einzige Gute ist, okay? Es geht so nicht. Es geht so nicht. Hey, guck mal, ich bin Granny. Sie ist so, nein. Nein, sie lebt. Sie ist echt. Sehen mich die Leute auf Ask... Ask Granny. Können Sie mal fragen, Leute. Am I Granny? Kleine Zeichen. Die Antworten nicht. Verdammt. Keine Antworten. Wie Granny wohl damit aussieht, Leute. Lass uns mal das hier an. Lass uns mal sehen. Okay. Kann ich jetzt nicht fahren? Müsst du doch gehen, oder? Oh mein Gott. Ich bin da zu verzweifeln. Aber es ist so witzig. Einfach... Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr, Leute. Ich kann einfach nicht mehr. Die Leute, die jetzt hier in die Lobby zurückkommen, weil sie irgendwie das Spiel gespielt haben, was wollen wir spielen, auch immer. Ich werde immer wieder rausgeworfen. Ich kann anscheinend nicht spielen. Das ist halt das Problem an Roblox. Es ist halt so problematisch, oh Leute. Das Schlimmste ist, dass wenn man verarscht wird in Roblox. Denn da gibt es keinen Support, der einen anschreibt. Ich habe mal jemanden angeschrieben, der sagt, hey, ich würde verarscht, ich würde gerne meine Roblox zurückhaben. Ich habe nichts davon. Und denkt ihr, die Antworten, nein. Weil viele junge Leute das spielen und die nehmen einen nicht mal ernst. Roblox hat keinen vernünftigen Support. Das ist quasi das Ding so. Es ist zwar geil, was man hier machen kann. Ich wollte, ich schaue das mal an. Ich bin Granny auf einem Robobot, okay, oder wie auch immer das Teil heißt. Ah, das ist ein Traum. Besser geht's gar nicht. Granny ist hier. Jetzt schon wieder. Jetzt schon wieder. Granny ist hier und jetzt soll ich... Was soll ich jetzt machen? Wo ist Granny? Ich weiß... Das meine ich! Ich kann nicht spielen! Ich warte jetzt noch 54 Sekunden. Wenn ich dann nicht endlich spielen kann, okay, dann bin ich sowas von... Langweilig. ...mehr wortwörtlich, weil ich meine, ich will auch einfach nur spielen. Ich will einfach nur mitspielen mit den anderen. Ich bin sogar mit denen in der Lobby. Ich meine, ich habe... Ich bin nicht mal vor irgendwas weggelaufen. Und allein dafür ist es wert, so... Was sollen wir tun? Granny ist gestorben, okay. Das ist sehr gut. Überlebende. Ich bin ein Überlebender. Ich habe nicht mal... Ich bin nicht mal vor irgendwas weggelaufen. Ist das ein verdammter Scherz? Oder gibt es hier noch mehr Stellen, wo man hängen kann? Von denen ich nichts weiß. Und es geht los. Okay. Ähm, nice. Hier man ist Granny. Das ist sehr schön. Aber was jetzt? Oh, 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 oh. Wir sind im Spiel. Oh mein Gott, wir sind im Spiel. Endlich, endlich, endlich. Oh mein Gott. Wir müssen warten, bevor Granny hier ist. Okay, das nenne ich mal gruselig, okay. Das nenne ich mal richtig gruselig, Leute. Lass uns irgendwo heiden, wo es dunkel ist. Vielleicht hier. Ist das ein guter Ort, Leute? Oh, das ist ein guter Ort, glaube ich. Oh mein Gott, das ist so gruselig, ne? Wo ist Granny? Oh mein Gott, alle wollen auf dem Baum heiden. Wo kommt sie? Ja, aber das ist meine Frage gerade. Endlich können wir spielen. Ich kann nicht glauben, dass wir endlich spielen können, Leute. Es ist so unglaublich. Okay, warte mal, warte mal. Ist Granny? Ich weiß nicht, wo sie ist, Leute. Aber einer ist auf jeden Fall Granny. Du bist ein Mensch. Okay, oh. Pack das Licht weg, du Loser. Meine Güte. Oh mein Gott, sie kommt. Sie kommt, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Das ist aber ein anderes Granny-Spiel, weil wie ihr wisst, gibt es noch ein richtiges Granny-Spiel, was eine absolute Kopie von Granny ist. Ist es Granny? Nein, das ist ja jemand, der tutet alle, oder? Ich glaube, ja. Okay, ich habe keine Ahnung, Leute, was hier vor sich geht. Aber die Person auf jeden Fall eine Zeit lang, Zeit, um alle zu töten, so wie es aussieht. Oh mein Gott, was passiert da gerade, Leute? Ich habe wirklich keine Ahnung. Tötet die Person jeden? Okay, warte mal, warte mal. Ist das der Typ, der da lang rennt? Das ist aber nicht Granny. Tötet er, Leute? Ja, tötet Leute. Oh mein Gott. Das ist aber nicht Granny, Leute. Der Typ hat einfach nur ein Messer. Der Typ hat einfach nur ein Messer. Aber wo ist das denn bitte Granny? Ich meine, anscheinend soll das Granny sein. Aber wieso kann er nicht so aussehen wie Granny? Ich meine, ich kann so aussehen wie Granny. Da ist der Typ, der ist sogar sehr schnell, glaube ich. Das ist ein Vorteil. Boah, das ist creepy, Mann. Das ist gruselig. Alle verstecken sich auf den Bäumen. Alle Frauen... Ah, na wieso haben wir überhaupt so viele Frauen begonnen der Haare hier, Leute? Ich verstehe das Wort, das will ich gar nichts mehr. Und der Typ, der will uns alle töten, oder? Hey, Buddy, hier ist ja jemand. Woran läufst du überhaupt? Du bist doch der Killer. Hey, Buddy. Hey. Hier ist jemand. Äh, Buddy. Ich habe keine Ahnung, was dein Problem ist. Okay. Du bist absolut merkwürdig. Lass uns aber das Licht anmachen, Leute. Und den so ein bisschen provozieren. Oh, oh, er ist da lang, so wie es aussieht. Okay. Er ist aber auf jeden Fall nicht allzu schnell. Das ist irgendwie ziemlich witzig, Leute. Hey, boah, wo lange rennt der, Leute? Ich habe keine Ahnung. Das ist aber nicht Granny. Das macht alles keinen Sinn. Ich bin vollkommen überfordert, Leute, in meinem Leben. Wortwörtlich. Ich bin einfach nur voll überfordert. Neun Sekunden hat nur noch Zeit, aber er ist ja nicht so oder so. Oh, mein Gott. Ich bin... Ich weiß nicht was. Wir spielen noch ein anderes Roblox-Spiel. Hundertprozentig. Ich kann das Spiel. Oder wir suchen das anhand der Granny-Spielen. Das Beste an dem Spiel... What? Ich bin... Ach, ich habe überlebt. Okay. Ich dachte dann für eine Sekunde. Trotzdem bin ich irgendwie so ein bisschen enttäuscht gerade. Okay. Wir gucken mal. 50.000... Moin, mein Bastards, das ist das. Mein Name ist Nanny Stacey. Willkommen zurück zu Sneak. ...s Letztes, die gespielt haben. Viele von euch werden sich wahrscheinlich nicht erinnern. Schämt euch. Ja, genau du. Du kommst hierher, aber... Setzt du dir mit und vergisst nicht tief? Nimm deine Pillen. Aber ich bin heute gut drauf. Ich erklär's dir doch mal. Du bist ein Einbrecher und klaust Geld. Das war's. Nimm die Knarre runter, nicht alle Spiele müssen komplizier... Das Gute daran, er war schwarz. Niemanden interessiert es aber jetzt. Was? Nimm die Knarre runter, nicht alle Spiele müssen komplizier... Das Gute daran, er war schwarz. Niemanden interessiert es, ob er jetzt tot ist oder nicht. Oh, bitte YouTube, sperr mein Video nicht. Auf jeden Fall kam in Sneak-Tief ein neues Level dazu. Und zwar die Farm. Und was steht da? Easy! Also denke ich mal, dass wir gut mit dem Level klarkommen, da wir sowieso extrem gut in Sneak-Tief sind. Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich das hier alles vermisst habe. Wie im Hausen klauen. Wenn wir die 50.000 haben, müssen wir einfach zurück zu diesem schwarzen Auto gehen. Es gibt zwei Gebäude. Ich denke mal, ich fang an mit der Scheune. Was zur Hölle ist das hier? Kann es sein, dass das hier weiß ist? Die Grafik ist schrecklich. Langsam, niemand darf uns hören. Es könnte ja sein, dass es irgendwelche Wachposten oder sonst was gibt. Ich muss zugeben, das hat mich ein kleines bisschen erschreckt. Aber das ist kein direkter Wachposten. Das ist so eine Selbstschussanlage. Kann ich da einfach durchdrehen und das überleben? Oh mein Gott. Nein, die verfolgen mich. Ach du Kacke, ich habe kaum noch... Au. Ich verstehe, wir müssen das Ding irgendwie ausschalten. Die müssen dringend daran arbeiten, die Sounds ein bisschen leiser zu machen. Vielleicht gibt es irgendwo einen zweiten Eingang in die Scheune rein, weil... Oh mein Gott. Aber es sieht ehrlich gesagt nicht so aus. Oh, was zur Hölle ist das hier? Ist das ein Kabel? Oh, das ist viel zu laut. Vielleicht können wir ja irgendwie den Strom ausschalten. Aber ich glaube, da hinten habe ich gerade eine Person gesehen. Können wir das hier doch einen Wachposten gibt? Oh Gott. Was zur Hölle ist das hier für eine... Ganz langsam, Snacki. Nimm deine Pillen. Was zur Hölle ist das für eine Farm? Der Typ hat eine Shotgun. Aber hier führt das Strom rein. Das heißt wahrscheinlich, hier können wir den Strom ausschalten. Aber wie machen wir das denn am besten, ohne dass der Typ mich bemer... Oh mein Gott, er hat mich bemerkt. Was zur Hölle? Ich habe nicht mal eine verdammte Waffe. Oh mein Gott. Wir müssen auf jeden Fall zuerst in das Gebäude reingehen. Aber ohne verdammte Waffe. Wie kommen wir da rein? Da sind zwei verdammte Wachen. Liegt da nicht irgendwo eine verdammte Waffe rum? Was zur Hölle ist das hier für eine Farm? Da wo ich herkomme, sind die Bauern nicht mit Shotguns rumgelaufen. Durch das Fenster kann ich leider nicht reingehen. Das heißt, wir müssen wohl oder über hier durchgehen. Aber hier müssten zwei Wachen sein. Eine habe ich da schon mal gespottet. Und wo ist die zweite? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wie komme ich denn am besten hier lang? Wie mache ich das? Vielleicht probiere ich jetzt einfach an den Typen vorbeizulaufen. Und das extrem schnell. Ich weiß nicht, ob er mich jetzt schon gesehen hat. Aber er müsste mich nur mal... Obwohl... Er hat mich nicht gesehen. Der Typ ist dämlich. Aber wo er zur Hölle kam, eben der zweite... Oh Gott. Ich habe keinen Plan, wie wir das am besten machen sollen. Wenn der Typ an der Tür vorbeiläuft, laufen wir hinter ihm lang. Aber wir müssen... Hä? What the fuck? Kriegen wir irgendwo hier eine verdammte Waffe? Ich meine, im Endeffekt würde das doch Sinn machen. Ich komme so niemals in eine Hände rein. Liegt hier vielleicht irgendwas? Kann ich das Ding mitnehmen? Nein. Hä? Das Problem ist, wegen der Selbstschussanlage komme ich auch nicht in die Scheune rein. Also wie zur Hölle soll ich das machen? Ich probiere es jetzt einfach mal hier durchzulaufen oder mich hier zu verstecken. Ich bin gerade ein kleines bisschen ratlos. Das kann doch nicht wahr sein. Können wir das Stromkabel durchschneiden oder so? Nein, das funktioniert auch nicht. Die Wache geht jetzt da vorbei. Das heißt, wir können uns jetzt reinsneaken, durchlaufen. Aber hier gibt es auch eine zweite Wache. Und das ist das Üble daran. Und die... Oh mein Gott. Okay, die ist genau hier. Ganz langsam wieder raus. Ich habe nichts gesehen, mein Freund. Oh Gott, wer zur Hölle schießt da? Hier ist ein verdammter Polizist. Kriege ich da drinnen irgendwie eine Waffe? Es macht doch keinen Sinn. Das ist doch keine normale Farm. Wieso zur Hölle steht bei dem Level easy, wenn es gar nicht easy ist? Easy ist was anderes für mich. Okay, der läuft jetzt da lang. Mal sehen. Ich weiß nicht, ob die Wache mich sehen kann. Hello darkness, man. Wir machen irgendwas falsch. Könnte es sein, dass im ersten Raum direkt eine Waffe liegt? Wenn wir uns hier mal ganz kurz schauen. Liegt hier vielleicht direkt etwas, was wir uns schnappen könnten? Vielleicht hinten auf dem Tisch? Ich weiß es nicht. Komm schon. Bitte lass hier irgendwas sein. Oh Gott, nein. Wir nehmen irgendwas. Aber was tolle ist das? Ja, wir sind sowieso tot. Hier müsste doch irgendwo eine verdammte Waffe sein. Dann haben wir gar keine Chance. Äh, das geht doch nicht, das Level. Das ist verdammtibel. Oh, oh, oh. Das ist nice, das ist nice. Komm schon, bitte. Bitte, nein. Oh Gott. Da war eine Shotgun. Komm, weiter, weiter. Beweg dich, bewegt dich. Komm. Los, leg an und schieß. Du hast hier keine Chance. Lauf weiter. Perfekt. Du bist ein Vollidiot. Mal sehen. Hier müsste irgendwo die Geisel sein. Das heißt, ich kann gleich die verdammte Shotgun nehmen von hier. Komm schon, mein Freund, beeil dich. Oh Gott, oh Gott. Und wenn die jetzt reinkommen sollten, muss ich sie sofort finishen. Oh. Oh, oh mein Gott, okay, das war der Erste. Es fehlt noch einer. Komm schon, mein Freund, nimm deine Pellen. Komm her. Komm schon, mein Freund. Ich töte dich, egal wo du bist. Obwohl, ich komm noch nicht lang. Äh, mein Freund, kannst du mir bitte aus dem Weg gehen? Wo ist bitte der, der, oh, warte mal. Ist das der Zweite? Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ich glaube, wir sind fertig. Es dürfte jetzt keine Wachen mehr hier geben. Und wer zur Hölle bist du? Oh Gott, du bist unsterblich. Aber die Hauptsache ist, wir haben die Drogen genommen können. Hier wahrscheinlich den Strom ausschalten, was übertrieben genial ist. Und wie viel Geld haben wir jetzt? Schon über 11.000 Dollar. Warte mal, Drogen? Oh Gott, das erklärt einiges. Dieses verdammte Haus ist nicht normal. Hier ist ein Polizist. Denke ich jetzt mal. Zweifacher Mord? Check. Check. Leute, sieht ehrlich gesagt nicht gut für euch aus. Aber keine Sorge, falls ihr dem schwarzen Mann die Drogen überlasst, werde ich ganz nett sein. Mal sehen, was haben wir hier noch? Oh mein Gott, 21.000. Kann es sein, dass wir in dem Haus hier alles geklappt haben? Den Fernseher nehmen wir auch noch mit. Ich denke mal, ja. Die Selbstschussanlage sollte jetzt auf jeden Fall aus sein. Aber hier ist noch ein zweites Kabel. Warte mal ganz kurz. Aber es gibt nur einen Schalter. Komm schon, bitte lass die Selbstschussanlage aus sein. Oh, warte mal. Sie guckt mich noch an, aber sie ist aus. Ja. Das heißt, das ganze Geld und die Drogen gehören mir. Oh Gott, das waren zwei Selbstschussanlagen. Was ist hier oben noch? Oh Gott, das ist immer richtig übel. Aber wir haben das Level geschafft mit 66.000 Dollar. Das ist ehrlich gesagt sogar viel mehr, als wir brauchen. Oh Gott, ich gehe mit einem kleinen Bonus nach Hause. Wir haben drei Minuten dafür gebraucht. Easy. Obwohl, nein, das war nicht easy. Das war ehrlich gesagt sogar ziemlich übel von mir. Aber Leute, wenn ihr mehr davon sehen wollt, hashtag mir in die Kommentare. So, das letzte Video und dann... Was geht, Leute? Mein Name ist Lotte, Danny. Tschüssi. Willkommen zurück in der neuen Folge von... Happy Halloween. Yay. Ich bin auch verkleidet und zwar als... Ich bin als Täter zu verkle... Keiner als Täter zu verkleidet. Ich bin der Einzige auf der Welt. Das kann ich euch garantieren. Okay, es muss ganz ehrlich sein. Es war schon immer so, ich habe mich selber ungern verkleidet. Aber ich sehe immer, wie andere sich verkleiden richtig gerne. Andere können das richtig gut. Und was soll ich anziehen? 99. Holy shit, der war früh dabei. Okay, egal. Ich spiele natürlich. Und, ähm... Ja, und was wollen wir anfangen? Let's go, Peter! Und yay, nice! Wo ist das bitte ein Halloween-Level? Oh, mein Gott! Bester Swing in meinem Leben, Baby. Oh, okay. Nice! Pumpkins! Pumpkins sind eine Pflicht für Halloween. Wenn man quasi da Kerzen reinsteckt und dann mal irgendwas einschnitzt, soll ich auch mal machen. Das ist ja was, nächstes Jahr feiere ich Halloween so richtig mit. Aber dieses Jahr... Ich bin einfach nicht so im Feeling, muss ich sagen. Keiner klingelt an meiner Haustür. Keine nervigen Kinder, die Süßigkeiten von mir wollen. Letztes Jahr war es anders. Die haben Angst vor mir bekommen, weil ich... Ich bin zu böse. Halloween, run! Moment mal, wie... Okay, 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 das passt. Pumpkins passen immer. Holy shit, da können wir halt dich fest. Es ist Halloween, seit Jimmy! Jimmy ist immer verkleidet, das heißt, ich habe Bursche. Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Hi, Peter! Happy Halloween! Yay! Okay, ein weiteres Halloween-Level. Bitte, be sure to take care of Sister's Baby-Doll. Uhu! Waha! Ah, das ist Baby, okay. Okay, okay, Moment mal. By Timmy. I ate Jimmy, by the way. Wollte ich nur mal so sagen, bitch. Donuts! Oh, ich liebe Donuts! Donuts sind so lecker, aber machen so fett, leider. Free money and drinks await in the Dizzy House. Cool. Drinks, nice. Just regular candy in here. Candy. Wir alle lieben Süßigkeiten. Du liebst Süßigkeiten, ich liebe Süßigkeiten. Close for construction. Was soll ich... Wo soll ich hin? Wie kann ich... Wo kann ich rein? Oh! Oh, oh, ich seh's. Moment mal. Ach so! Ich kann da unten rein. Okay, weißt du was? Wir gehen zu den Donuts rein, weil Donuts... Nein, nein, Frederico! Bitte! Frederico! Okay. Weißt du was? Nein. Ist mir jetzt egal. Ich will zu den Donuts. Ja, definitiv. Kann ich hier runter? Geht das? Okay, ich bekomm's... Auf! Okay, ich verstehe nicht ganz. Kann ich hier jetzt runter? Ja, ich kann da runter. Nichts gemacht, muss ich sagen. Oh mein Gott. Oh! Okay, das verstehe ich gar nicht. Wieso bin ich da gestorben? Okay, vielleicht, äh, free drinks. Jimmy, Jimmy darf noch gar nichts trinken, aber er macht trotzdem immer wieder. So, wir geben ihm Alkohol, weil... Weil er es will. Er will einfach Alkohol haben. Er sagt, er wird in der Schule gemobbt und keiner mag ihn und er will Alkohol haben. Okay, hier sind Münzen. Oh, was passiert, wenn ich alle Münzen aufsammeln? Yes! Yes! Nice! Ich hab diesen Level irgendwie gemanagt. Sag mich bitte, ich kann die Frage nicht beantworten. Aber geben wir auf dem Level 3 Sterne, weil 4 Sterne wär noch ein bisschen zu gut. Ist was nicht so gutes Level? Halloween, good last break! Oh yeah! Happy Halloween! Halloween, whoo! Nein, ohne mit, ich mag Halloween wirklich so gerne. Ich mag Halloween wirklich gerne, aber... Ich bin nicht der, der mich verkleidet. Ich weiß nicht, wieso. Nächstes Jahr kann ich mich gerne verkleiden. Aber ich kann mich nicht schminken. Ich hab sowas von digital an mich geschminkt. Als ich versucht habe, aus Spaß zu schminken, kam die Größe... Der größte Müll raus, weil ich kann mich nicht schminken. Sorry. Oh Gott, oh Gott, Jimmy! Oh! Holy shit! Holy shit! Oh, das hat... Okay, das hat verdammt weh. Äh, das war nicht gut. Das ist wirklich so nisch. Easy. Easy, baby. Easy. EZ ist die Abkürzung für easy. Falls ihr es nicht wusstet... Oh, findet es auch richtig easy. Oh, Jimmy. Oh, nice, baby. Hat der Juan nicht alles verdient. Okay, wir können einfach rüber. Frederico? Oh, Frederico ist das dein Erd? Ich hab noch nie gesehen, dass du was dein Erd... Oh, mein Gott. Okay. Moment mal, was passiert, wenn ich da hinten falle? Ich muss es riskieren. Bitte ich... Oh, mein Gott. 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 Yes, baby. Nice. Ich wusste, dass ich das Abkürzung... Obwohl, nein, wusste ich nicht, aber... Ich musste den Weg nehmen, weil... Ich meine, wenn sich dann so eine Wand öffnet... ...dann muss ich da reingehen. Halloween Special! Yay! Hey, ja! Oh, nein, bitte nicht! Oh, Gott. Oh, nein, 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 nein. Oh, mein Gott. Ich lebe noch! Woo! Okay, kann ich auch was bewegen? Das sieht episch aus, Baby. Dieses Level sieht episch aus. Oh, nein, lass uns mal auf die kleinen Details in diesem Level lachen. Zum einen sehen wir so einen alten Mann, der in einer richtig kleinen Hütte lebt. Aber schau dich mal hier. Seht ihr das? Seht ihr das? Hier ist so ein Geist. Das sind Sterne. Das ist der Mond. Das ist der Mond. Oh, mein Gott, nein, sollen wir... Nein. Nein. Nein, ich lass das besser. Also, ich hab keine Angst, aber sorry, meine Eltern kommen leider. Also, wir können das gleich... Also, wir machen das gleich vielleicht noch weiter. Aber ja, danke fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben und auf Abonnieren und auf die Glocke drücken, dann könnt ihr keine Videos mehr verpassen. Tschüss, euer Gott.